2027. Fortschritte auf dem Gebiet der Biotechnologie ermöglichen es Menschen, ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten erstaunlich zu verbessern. Falls sie es sich finanziell leisten konnten, versteht sich. Ein neuer Typus betrat die Bühne. Halb Mensch, halb Maschine. Und zumindest in Detroit war nicht jeder froh darüber. Ich hatte gerade eine Stelle als Sicherheitschef von Seraph Industries angetreten. Einem führenden Biotech-Unternehmen. David Seraph hatte mich persönlich dafür ausgewählt, seine Mitarbeiter zu beschützen. Dazu gehörte auch meine Ex, Megan Reed. Sie war eine brillante Neurowissenschaftlerin und hatte einen Weg gefunden, Augmentierungen für alle sicher und bezahlbar zu machen. Sie musste ihre Ergebnisse nur noch vor dem Kongress präsentieren. Aber in der Nacht davor versagten meine Sicherheitsmaßnahmen. Ein Team von Black-Op-Söldnern stürmte die Seraph-Zentrale und tötete alle Anwesenden. Drei von ihnen waren schwer augmentierte Panzer auf zwei Beinen. Ihre Mission? Megan und ihr Team auszuschalten. Ich wollte sie aufhalten, aber ihr Anführer warf mich durch eine Panzerglas-Scheibe. Das letzte, was ich hörte, als eine Kugel in mein Gehirn einschlug, war Megans Todesschrei. Ich hätte mit ihr sterben sollen. Aber das passierte nicht. Militärische High-End-Optimierungen retteten mein Leben. Die besten Augmentierungen, die Seraphs Geld kaufen konnte. Nach einem halben Jahr hatte ich mich an sie gewöhnt. Weitere Ruhe war mir nicht vergönnt, denn Seraph Industries wurde erneut angegriffen. Diesmal von einer radikalen Gruppe pro-humaner Puristen. Gewalttätig, militant und fanatische Gegner menschlicher Augmentierung. Sie bezeichneten sich als Mitglieder der Humanitätsfront, einer gemeinnützigen Organisation, die von der UN eine Begrenzung der Biotechnologie-Forschung forderte. Bei ihrem Einbruch in Seraphs Fabrik stießen sie auf Techniker, die gerade an einer streng geheimen Augmentierung namens Typhoon arbeiteten. Ich sollte sie wieder beschaffen und fand schließlich direkt daneben einen der sogenannten Puristen, die er mit Gehirnimplantaten ihre geheimen Daten herunterladen wollte. Hinter der Sache steckte offensichtlich mehr. Der Opti beging Selbstmord, bevor ich ihn befragen konnte. Seraph befahl mir, tiefer zu graben. Und das tat ich auch, mit Hilfe von Frank Pritchard, Seraphs Leiter der Cybersicherheit. Es stellte sich heraus, dass ein zweiter Hacker die Aktionen des Optis von außen gesteuert hatte. Pritchard und ich verfolgten sein Signal bis zu einem geheimen FEMA-Internierungslager in Detroit. Die selben Black-Op-Söldner waren dort, die mich sechs Monate zuvor zum Sterben zurückgelassen hatten. Sie versuchten natürlich erneut, mich zu töten. Aber diesmal hielt ich dagegen. Ich schaltete einen Tank namens Barrett aus und bekam von ihm eine neue Spur. Ein Penthouse in China. Natürlich wussten wir beide, dass es eine Falle war. Hengsha, China. Heimat einer so überfüllten Stadt, dass sie eine zweite obendrauf bauen mussten. Hier Spuren zu finden dürfte schwierig werden. Zum Glück war ich nicht allein. Farida Malek, die beste Pilotin von Seraph Industries, hatte schon in Hengsha gelebt. Es ist immer gut, jemanden an der Seite zu haben, der sich auskennt. Malek setzte mich in der Lower City ab, in der Nähe des Penthouses, das Barrett erwähnt hatte. Bell Tower Associates, ein privates Sicherheitsunternehmen im Dienst der chinesischen Regierung, ließ das Apartment gerade durchsuchen, als ich ankam. Aber nicht aus dem Grund, den ich vermutete. Es stellte sich heraus, dass der Mieter ein krimineller Hacker namens Van Bruggen war. Derselbe Hacker, der den Opti in Saras Firma ferngesteuert hatte. Seine Panikreaktion, ihn Selbstmord begehen zu lassen, war ein Fehler gewesen. Denn nun wollten ihm seine Söldnerkameraden ans Leder. Und ich musste ihn zuerst finden. Der Weg zu Van Bruggen führte über die Triaden, die Bosse des organisierten Verbrechens in Hengsha. Sie hielten den Hacker in einem billigen Capsule-Hotel fest. Als ich Van Bruggen fand, erzählte er mir freimütig, wer ihn rekrutiert hatte. Zhao Yunru, die Präsidentin von Taeyong Medical. Laut Van Bruggen wollte Zhao die Augmentierungsindustrie monopolisieren und hatte Black-Op-Söldner zur Destabilisierung ihrer Konkurrenz rekrutiert. Seraph Industries stand ganz oben auf ihrer Liste. Um das zu beweisen, musste ich bei TYM eindringen und ein Überwachungshologramm von einem Server holen. Ich hatte den Verdacht, dass Van Bruggen mir etwas verheimlichte, aber nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was mich dort erwartete. Megan war nicht tot. Sie und ihre vier besten Kollegen waren entführt worden. Und ihre Entführer hatten es aussehen lassen, als wären sie tot. Ich musste mehr erfahren und stellte Zhao in ihrem Penthouse zur Rede. Sie behauptete, nur ein kleines Rad im Getriebe zu sein und deutete eine mächtige Gruppe an, die die Geschicke der Welt kontrolliert. Dann floh sie in einen Panikraum und löste Alarm aus. Zeit für einen schnellen Abgang. Ich war sicher, dass Zhao gelogen hatte. Aber ein Teil ihres Geständnisses klang logisch. David Seraph war um seine Leute so besorgt gewesen, dass er allen einen Peilsender unter die Haut hatte implantieren lassen. Die GPLs hätten am Tag des Angriffs senden müssen. Aber laut Zhao hatte ein einziger Anruf bei Pikes, dem weltweit führenden Anbieter von Satellitennachrichten, genügt, um diese Signale abzustellen. Ich musste ins Pikes Hauptquartier in Montreal, um mehr zu erfahren. Eliza Kassan, First Lady of News von Pikes. Malek erklärte mich für verrückt, als ich sagte, Eliza sei in die Sache verwickelt. Die berühmteste Nachrichtensprecherin der Welt und ein Söldnerteam? Aber als ich Kassan in ihrem Büro befragte, gab sie offen zu, die Satelliten über Detroit in der Nacht gestört zu haben, als Meghans Team entführt wurde. Sie habe allerdings nur Befehle befolgt. Sie wollte wohl noch mehr sagen, als Black-Op-Söldner auftauchten, um uns beide auszuschalten. Und plötzlich verschwand die Eliza, mit der ich gesprochen hatte. Die Söldner wurden von einer augmentierten Killerin angeführt, der ich schon zweimal begegnet war. Federova. Eine Frau, deren bester Freund die Stille war. Sie wartete, bis ich Elizas Sendesignal zu einem Serverraum unter dem Pikes-Komplex verfolgt hatte und griff mich dann von hinten an. Es kam zum Kampf. Danach war sie für immer still. Als Federova tot war und Eliza nicht mehr überwachen konnte, tauchte diese wieder auf. Es stellte sich heraus, dass Pikes First Lady of News überhaupt keine Lady war, sondern ein KI-Programm, das Datenstreams verarbeitete und die öffentliche Meinung kontrollierte. Eliza erzählte mir, dass die Söldner einen Arzt der Humanitätsfront namens Isis Sandoval mitgebracht hatten, um die Peilsender zu entfernen, während die Satelliten über Detroit offline waren. Und wenn ich mehr wissen wollte, sollte ich mit David Serif reden. Als Malick und ich wieder in Detroit ankamen, waren die Spannungen zwischen normalen und augmentierten Bürgern eskaliert. In mehreren Städten kam es zu Unruhen und die UN sollte eingreifen. Serif wollte eine Abstimmung über eine Intervention verhindern und sprach deshalb mit Hugh Darrow, dem Erfinder und Philanthropen, der früher ein führender Verfechter der Optimierungstechnologien gewesen war. Für Serif stand viel auf dem Spiel. Megans Entdeckung hätte Millionen die Möglichkeit gegeben, sich über ihre normalen Möglichkeiten hinaus zu entwickeln. Und sie hätte gleichzeitig Serif Industries in den Fortune 500 weit nach vorne gebracht. Laut Serif wussten das Megans entführe. Sie wollten diese Entwicklung aber nur, wenn sie sie selbst kontrollieren konnten. Serif nannte seine Feinde Illuminaten und drängte mich weiter zu suchen. Ich suchte weiter und spürte Sandoval über den bekanntesten Augmentierungsgegner Amerikas auf, Bill Tackett. Sandovals Boss und Gründer der Humanitätsfront. Im Verhör gab Sandoval zu, Megans Team operiert zu haben, aber nicht um die GPLs zu entfernen. Er hatte sie lediglich auf eine andere Frequenz umgestellt. Pritchard konnte eines der Signale bis nach China verfolgen. Malik und ich machten uns sofort auf den Deck. Unglücklicherweise waren uns die Illuminaten einen Schritt voraus. Vom Himmel geschossen von Belltower Associates. Nur Sekunden nach der Ankunft im Luftraum von Henscher. Maliks Können als Pilotin rettete mich. Nach einem harten Kampf entkam ich nach Lower Henscher. Das Signal, dem ich folgte, führte mich direkt zu den Triaden. Genauer gesagt zu dem augmentierten Arm von Tong Si-Hung, dem Anführer einer Bande von Augmentierungsharvestern. Tong sagte, er habe den Arm einer Leiche abgenommen, die Belltower vor seine Tür gelegt hätten. Mindestens einer von Serifs Wissenschaftlern war demnach tot. Aber vielleicht nicht alle. Tong erzählte mir von einem Hafen für Menschenhandel und half mir an Bord eines Schiffes von Belltower zu gelangen. Es fuhr zur Rifleman Bankstation, einer Militärbasis im südchinesischen Meer. Belltower hielt dort entführte Zivilisten gefangen und benutzte sie zur Perfektionierung des Hiren-Projekts, einem Mensch-Computer-Interface, bei dem die meisten Testpersonen ihr Leben lassen mussten. Meine Suche nach Megan hätte damit geendet, wenn nicht ein geheimnisvoller Verbündeter namens Quinn aufgetaucht wäre. Für meine Hilfe, Belltower hochgehen zu lassen, brachte er mich auf ein zweites Schiff, das nach Singapur fuhr, zur Omega Ranch, einer Biotech-Anlage der Illuminaten. Drei von Serifs Wissenschaftlern wurden dort dazu gezwungen, eine Technologie zur ferngesteuerten Abschaltung von augmentierten Fähigkeiten zu entwickeln. Dank eines Notfallrückrufs der Weltgesundheitsorganisation war der erforderliche Biochip bei Millionen von Menschen weltweit bereits installiert worden. Mithilfe der Wissenschaftler verfolgte ich Megan Spur bis zu einem privaten Bereich der Ranch. Dort traf ich auf Jaron Namir, den Panzer, der mir bei unserer ersten Begegnung eine Kugel ins Gehirn gejagt hatte. Er hatte sich mit Sao zusammengetan und gehofft, mich unvorbereitet zu erwischen. Ein für ihn folgenschwerer Irrtum. Ich fand Megan in einer Suite, die Hugh Darrow gehörte, dem milliardenschweren Philanthropen, den Serif um Hilfe gebeten hatte. Darrow hatte sie überzeugt, den Biochip-Plan weiter zu verfolgen, indem er versprochen hatte, die Tech zu sabotieren. Gerade als sie das erklärte, begann Darrow mit einer weltweiten Fernsehansprache, in der er verkündete, dass Augmentierungen der Untergang der Menschheit seien. Und um das zu beweisen, aktivierte er die Biochips. Auf der ganzen Welt begannen augmentierte Amok zu laufen und zu töten. Darrow hatte alle Hintergang. Und ich musste jetzt alles wieder in Ordnung bringen. Dazu musste ich Panschaya erreichen, eine riesige Anlage im arktischen Ozean. Ich rannte durch Gänge, die von augmentierten Arbeitern gebaut worden waren. Und überall sah ich tot an Zerstörung. Als ich Darrow´s Sendesignal endlich abschaltete, war mir klar, welchen Schaden er angerichtet hatte. Dennoch war die Zukunft der Menschheit unklar. Wie würde die Welt auf diese Sabotage reagieren? Würden die Menschen jemals wieder Vertrauen zu Augmentierungen fassen? Was würde der nächste Schritt der Illuminaten sein? Nur die Zeit konnte uns darauf Antworten geben. Ich dachte früher, ich könnte die Welt retten. Und jetzt? Bei einem weiteren Terroranschlag sind 251 Passagiere an Bord des Sister Airlines Flugs 451 ums Leben gekommen, als ein augmentierter Passagier sich Zugang zum Cockpit verschaffte und die Crew brutal ermordete. Der Black Box ist zu entnehmen, dass der Mann unter Flashbacks des Opti zwischenfalls litt. Jenem Tag vor zwei Jahren, an dem Augmentierte weltweit in eine psychotische Mordlust verfielen, die zum größten Verlust an Menschenleben in der jüngeren Geschichte führte. Manchmal muss man einfach loslassen und annehmen, was man geworden ist. Sie werden doch jetzt nicht sentimental, Techno, oder? Falls doch, McReady. Sie werden es nicht kommen sehen. Agent Jensen, bekomme ich ein Problem mit Ihnen? Nein, Sir. Dazu besteht keine Veranlassung. Gut. Sie sind nämlich der einzige Augmentierte in diesem Team. Und das will ich unbedingt ausnutzen. Alle herhören! Wir haben einen Sandsturm am Arsch und können uns keine Fehler leisten. Wir suchen einen Waffenhändler. Sein Name ist Shepard. Ein Ex-Bell-Tower. Einer der Special Forces Commander, die während des Zwischenfalls verschwunden sind. Er ist aus einem Versteck raus? Klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Er verkauft Waffen und Militäraugmentierungen an Terroristen. Das ist Aaron Singh. Der Undercover-Agent, der Shepard aus seinem Loch geholt hat. Der beste UC, den Interpol hat. Seit drei Jahren versucht er bei den Jinn nach oben zu kommen. Einem Schmuggler-Kartell aus dem Irak, das den Osten infiziert hat wie eine Seuche. Letzte Woche hat unser Waffenhändler, den Jinn, eine große Lieferung Schwarzmarktware zu einem Spottpreis angeboten. Singh soll die Abwicklung übernehmen. Es wird Ihnen nicht gefallen, wenn Interpol Ihre Party sprengt. Ist Singhs Tarnung wirklich gut? Im Moment schon. Und es muss auch so bleiben. Hier soll der Deal stattfinden. Ein halbfertiges Hotelhochhaus, das seit dem Zwischenfall verlassen ist. Das Innere ist nicht gerade schön. Lassen Sie mich raten. Die meisten Arbeiter hatten schwere Industrieaugmentierungen. Und beim Zwischenfall sind sie durchgedreht und haben ein Massaker angerichtet. Und seitdem war niemand außer einigen obdachlosen Junkies mehr da drin. Wie lautet Ihr Plan, Direktor? Singh trifft Shepard im Erdgeschoss, im Atrium des Hotels. Der Großteil seines Gin-Teams ist im Penthouse und sichert einen Aussichtspunkt. McCready's Team bezieht beim Atrium Position und führt die Verhaftung durch. Jensen, Sie gehen alleine übers Dach rein. Mein Einsatz hier? Sie sorgen dafür, dass die Gin nicht eingreifen. Soweit wir wissen, gibt es nur einen Weg vom Atrium zur Penthouse-Etage. Ein halbwegs intakter Fahrstuhlschacht. Hier. Blockieren Sie den Zugang. Okay, lassen Sie mich gehen. Wollen Sie sich dabei nur auf Ihre Augmentierungen verlassen? Ich würde an Ihrer Stelle etwas Hardware mitnehmen. Zur Sicherheit. Wir haben da drin einen UC und es ist vielleicht leichter, seine Tarnung zu wahren, wenn er am Ende nicht der Einzige ist, der noch atmet. Gut mitgedacht. Genau, denn wenn ihm was passiert, werden Sie es seiner Frau sagen. Nach Ihrem Krankenhausaufenthalt, versteht sich. Wie sieht's mit der Distanz aus? Es gibt in dem Gebäude viele große Räume und hohe Decken. Aber es gibt auch einige kleine, enge Zimmer. Ach, eigentlich schlecht zum Schießen. Ich will da drin mit niemandem Karten spielen. Geben Sie mir etwas mit Reichweite. Ihre Entscheidung. Sie sind unauffälliger und Singh fliegt nicht so schnell auf. Eines noch, Jensen. Singh sagt, die Djinn benutzen einen tragbaren Funkverstärker. Er hat eine bessere Chance, seine Tarnung zu halten, wenn sie das Ding deaktivieren. Ich halte die Augen offen. Aber stehen wir nicht unter Zeitdruck? Sie haben gesagt, ein Sandsturm zieht auf. So ist es. Und wir haben die Infos über diese Mission in letzter Minute bekommen. Also schwimmen wir ein bisschen. Im Notfall müssen Sie die Djinn vom Atrium fernhalten. Verstanden. Schluss mit dem fröhlichen Geplänkel, meine Herren. Wir nähern uns dem Zielgebäude. Sie zuerst, Jensen. Es geht los. Taskforce-Kommando. Hier Neifleder. Aktiviere Flüstertriebwerke und gehe runter auf 1.5. those. Das ist ein paar Wände. Komm. Alles. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Sie müssen erstaunen. Ich kann es nicht mehr. Sie sehraù also um die Flas Ich bin der Blütener. Du hast keine Flas. Das ist nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. 細, inmates keine Schwung. Und ich kann es nicht mehr. Team Leader, hier Jensen. Ich bin auf dem Dach. Empfang ist klar. Gehen Sie ins Gebäude. Der Zugang, den Sie blockieren sollen, ist am anderen Ende der Penthäuser. Und noch was. Der direkte Weg ist nicht immer der einfachste. MacReady meldet sich, sobald sein Team am Boden ist. Miller out. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020